Lektion 66 La Magazine Im Geschäft Wir suchen ein Sportgeschäft. Wir suchen ein Sportgeschäft. Kautam ein Magazin der Articule Sportive. Wir suchen ein Sportgeschäft. Wir suchen eine Fleischerei. Wir suchen eine Fleischerei. Kautam o Möccellerie. Wir suchen eine Fleischerei. Wir suchen eine Apotheke. Kautam o Pharmacie. Wir suchen eine Apotheke. Wir möchten nämlich einen Fussball kaufen. Wir möchten nämlich einen Fussball kaufen. Wir möchten nämlich einen Fussball kaufen. Wir möchten nämlich Salami kaufen. Wir möchten nämlich Salami kaufen. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Kautam o Möccellerie. Kautam o Möccellerie. Kautam o Möccellerie. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fussball zu kaufen. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fussball zu kaufen. Kautam o Möccellerie. Kautam o Möccellerie. Kautam o Möccellerie. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fussball zu kaufen. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Ich suche einen Juwelier. Ich suche einen Juwelier. Ich suche einen Juwelier. Ich suche ein Fotogeschäft. Ich suche ein Fotogeschäft. Ich suche eine Konditorei. Ich suche eine Konditorei. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um den Film zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Gehen wir in ein Kaufhaus? Ich muss Einkäufe machen. Ich muss Einkäufe machen. Ich will viel einkaufen. Wo sind die Büroartikel? Wo sind die Büroartikel? Unde sind die Büroartikel? Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. Ich brauche Kulis und Filzstifte. Ich brauche Kulis und Filzstifte. Wo sind die Büroartikel? Wo sind die Möbel? Unde ist die Möbel? Unde ist die Möbel? Unde ist die Möbel? Wo sind die Möbel? Ich brauche Kulis und Filzstifte. Ich brauche einen Schrank und eine Kommode. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal. Wo sind die Spielsachen? Wo sind die Spielsachen? Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. Unde ist die Möbel? Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. Wo ist das Werkzeug? Wo ist das Werkzeug? Unde ist die Möbel? Wo ist das Werkzeug? Wo ist das Werkzeug? Ich brauche einen Hammer und eine Zange. Ich brauche einen Hammer und eine Zange. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher. 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 Ich brauche einen Bohrer und einen Armband. Ich brauche einen Ring und einen Schraubenzieher. Ich brauche einen Ring und einen Schraubenzieher. Ich brauche einen Ring und einen Schraubenzieher. Ich brauche einen Hör. Ich brauche einen konkreten eine llevends über den Locken und ein Schraubenzieher.